keine mehr ist ja schon mal das meiste weg so fertig das weg das weg das weg johnny aber kein birkenholz hat er ne weiß ich nicht hat er nicht alles möglich an scheiß mülleimer mülleimer das kein quantum zuzaubern ja wenn man raus was du davon meins kannst du gebrauchen soll ich mir die quantum zuzaubern nicht einmal 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 das kann eigentlich auch noch die brust drin das andere dann noch behalten hat hat er immer noch anlässigen kann mir die remotes bräuch ich nicht wo link cool so das kommt jeden fall das ist noch drin 55 federn die federn weg system landet die ganzen pipes noch nach ja das ist so eine geile sortierrunde hier 676 gysala da drin ja ich mach den rest doch nach wenn ich gleich am render bin und sowas noch das kann man das kräftige wenn du was rausnimmst wenn man drin rums kräuter ja damit dann damit dann im monat 80 80.000 junio ist da drin naja davon war aber 500.000 noch meins die rüstung waren einfach nur noch so viel das war das schlimmste es ist jetzt so klein den kannst du ja mal eben raus nehmen es geht ja noch die kabelblau mit tüttl bisschen und von mir halt von mir dann ist der stelle gelandet 3 5 die Lübe bei den Menschen wieder weggeportet weil die Leitung damit sind Ui und und damit und schießt aber dann werden wenn man die können in den Köln-Loch eingestellt aus dem X sowieso nichts umsonst gefühl ist super ein bisschen spaß auf jeden fall geht sie da als wie viele festplatten jetzt wieder nur noch nur noch halbfuß voll sind oder fast leer du wirst du meine das ist normal wenn man so viel müde sammelt ja das geht ja alles wieder die sens nicht kommen jetzt auch noch raus genau ja ja geben dann könnt ihr hilfe kein problem was gelingen ja es ist auch einfacher gewesen so besser so gewesen weil es war einfach nur noch zu viel hier drin ist ja immer noch zu viel drin komplett weg kann ganz truß immer noch voll genau machen die ganzen komischen chokopädias weg na ja war schon ganz schön viel von den chokopädias damals hätte ich dann ist ja bei mir land das alles im müll wenn das um die maschine anläuft aber wenn ich jetzt mal eins finde gut behalte ich es aber sonst ganz viel müll hat er drin aber wird es hat er nicht drin gehabt man 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 das kann hier bleiben jetzt im handel dann kommt mit gibt es der rote ganz vorgibt fackeln was du bist transformer zog auch jetzt und aber die schmeißt sich weg die abgibt sie gesagt die aber ich muss nicht die waren glaube ich nicht so ganz legal überall platz rum so mass aber trotzdem das ding nicht wächst so normal kommt ja in der busche naja da haben wir hier noch ein blödschmutz hat auf minimum stone mit dem normalen holz umwandeln nein keine lust so geil wie gesagt ich habe da knochen mehr auf das ding wächst nicht ein paar setzling wieder verteilen so ich wollte die ganzen ärzte jetzt noch auspfeffern silber hat aber wenigstens gehabt ja gut das ist schon mal super macht doch gar nichts man nicht so gemein zu mir ein bisschen weins jetzt noch damit ihr das glaubt ich frage mich wie man sich hätte hier durchfinden können we live hunger naja egal dann später mache ich auch noch was wenn ich auch randern randern und rennen wenn die denn denn anderthalb stunden machen wir jetzt schon das weiß ich werde ich hier auch noch versetzen alles das kommt noch her kompressor sagen wir denn hier nach wustern und besser wo ist denn ich weiß was am sack was am sack ich weiß nicht was du gesagt zack 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 nö zack 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 naja alles klar ein stricher ich weiß damit geht grad bei mir in inventory kriegst nicht also so manchmal dass das nicht funktioniert selten naja vielleicht packt minecraft nur grad wieder rum meistens geht das ja wenn wir in minecraft ja noch nicht starten aber wie gesagt eher selten dass ich das hab mhm mhm wow das wird noch eine Menge Arbeit sein hier alles reinzuziehen stell die nicht an ich hätt sie grad für eine Menge Arbeit hab jetzt müsste dieser mob hier drin sein weil dann könnte man sich in eine Fledermaus verwandeln und dann kann man ja in einer Höhe immer bleiben ah langweilig dann kann man aber besser pflanzen oder setzen hat er gesagt nein falsch bitte kommt auch noch weg maschine kommt weg Truhen kommen weg zack 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 du hast einen schärm mit dem sack zack zack tschiack zack Na jaakov rememberllt schestruct klingt 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 die Mädchen Bühnen rebbon wastags ohne Jungen so wenig fb das geht jetzt ab hier r degree ich glaube eine festplatte nach festplatte nach festplatte festplatte voll kann ich glaube nicht Friedmann oder sich mit der FB hier für das Problem wie bei es wacht ich hab noch 140 gb ich hab grad 10 fs immer von merkwürdigen die wie gesagt preis parks ja auch und dann wenn ging es ja wieder naja ich stehe jetzt sowieso nur jetzt mache ich den rest ja auch noch fertig und jetzt mal zuschauer richtig viel was zum gucken haben gar nichts haben wir auch nicht wirklich die sehen und bin ich immer ein blog nach einem anderen setz aber das gehört ja auch dazu im keller was denn ach ja ja einmal maschine was du bist ein bild eimer naja ich bin da wegen normalen keller 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 du 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 nein bitte nicht was dann schoen mich denn mit den gesängen ich bin auch gar nicht ok ich habe jetzt einmal nur kurz gut gemacht aber jetzt hat er die jetzt geht es wieder oder was naja jetzt ist er wieder komisch ich weiß nicht vielleicht halt mein kopf noch mal neue starten kann auch sein ja aber jetzt nicht mehr dafür lohnt sich's nicht willst du das kann man ja ich hasse dich mal wie viel war das so zack 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 das waren 23 35 ok das ist eine stunde das kann alles im mülleimer 25 jetzt Stunde 25 das sind 5 minuten meinst du dort 5 minuten aufhören oder können ja morgen wenn noch einmal eine runde machen ja auch ja also ab samt zack muss ich wieder arbeiten ja ich sag da morgen noch mal eine runde ja keller zack 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 das kann halten das wollte ich noch das nicht sind aber auch gerade vor ruhig ich bin mir am konzentrieren was ich alles auspacke das ist dann halt dein part das ist auch mal ein bisschen lang ja alle mal sie jetzt nicht was ich glaube und wollen danke ja siehst du fluppen sch ah tippt 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 mit eros tippt 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 ist keine keller hm das mag ich das mag ich unsere sie ist im behalte kiste machen schon fertig kein bock fängt der block eigentlich an zu brennen wenn man den zwischen glas und aber hat welchen holz blöck ja klar ja klar mal schauen einmal in rand gesetzt normalerweise schon dann muss ich mir überlegen wie ich das da behalte ich mal irgendwo so noch bringt dann nichts noch nicht so viel du hast ein zu viel nein jetzt geht es im keller das auf jeden fall im keller da schmeiß ich weg die bleiben hier vielleicht hat einen schaden maschine maschine ja und so viele zombie gehirne ja du bist ein zombie ja das stimmt ja was geht denn jetzt hier ab hier ich kenne diese frau nicht wenn du anderthalb stunden machen dann muss ich meine ich jetzt okay dann machen wir das jetzt okay dann würden wir sagen bis zum nächsten mal leute und bedanken uns und schausen ne und tschüss ne und abonnieren ist kostenlos das wisst ihr ne ja und bis zum nächsten mal tschüss 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 tschüss